Rätsel die Ratz und willkommen zurück bei Dead by Daylight. Das war also irgendwie ein komischer Start. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet und musste mir erstmal nochmal ein Gesicht rupkratzen. Ja, long time no see. Jetzt bin ich hier echt auf Hawkins gelandet. Und ich spiele seit neuestem mal ab und zu den Geiz, das Gespenst. Und ja, die habe ich noch nicht. War da jemand? Himmel, Herrgott. Kann man machen. Why? Kann das irgendwie sein, dass sie ne Aufgabe hat? Wahrscheinlich zur nächsten Palette. Das ist halt hier echt ein bisschen räudig. Mist. Shit. Bin halt noch nicht so versiert mit ihr, ne? Ist klar. Oh, lass sie mich doch treffen. Das ist sehr ärgerlich. Oh, Gott sei Dank. Sorry, dass ich jetzt auch die ganze Zeit gegen das Mikrofon ramme. Aber es ist dann natürlich immer nochmal besonders spannend. Warum? Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. So. Johnny. Johnny. Okay, können wir gerne jetzt noch eine Beile machen. Sehr gut. Kriegen wir das jetzt noch irgendwie hin? Echt mal? Jetzt hat sie sie noch hochgeheilt. Jetzt müsste es ja funktionieren, ohne dass ich hier gleich eine dicke Blendung in die Gosch bekomme. Alter. Na gut, zwei Gents. Ah, hinten. Hallo? Hallo? Ich ihm erstmal so eine mitgebe. Auf jeden Fall. Schiffel! Machen wir mal schnell kaputt. Ich kann es noch nicht so gut zuordnen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da bin ich ihm wahrscheinlich irgendwie gerade reingemorschelt. Das ist nicht so einfach, ey. Okay. So, und jetzt wird er da oben natürlich liegen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit einem Schlag noch rüberkomme. Nö, oder? Matschinger. Matschinger. So. Soll denn das ja eigentlich? Alter, die alle mit ihren fucking Taschenlampen. Schade, Schokolade. Schade. Schade, Schokolade. Okay, da ist keiner. Gehen wir mal nach da hinten. Ja, sorry, fast es jetzt nicht so besonders spannend wird. Why? Warum ist die so mega nicht nervig? War ja irgendwie klar, ne? Das war frech. Aber was soll ich machen? Üben, besser werden. So. Mann, ey. Crazy. Diese Taschenlampengang, ey. Ich habe halt auch nichts, was anti-Generatoren-mäßiges, ne? Oh, aber jetzt haben die ja noch eine Blend. Kacke hier, ey. Echt mal. Da noch daneben gehauen, ey. Das gibt es gar nicht. Guck ich schon selber daneben? Ah, mal eine dicke Runde gedreht. Boah. Haben wir das Steuer rumgerissen, ne? Oh, mal ein Kick dagegen. Der ist fast fertig, ey. Nicht blöd? Das war auch die Richtung. Fuck, ey. Moodie. Moodie. Also, wieder da hin. Ich bin verkehrt. Ich bin echt verkehrt. Ne, ich bin nicht verkehrt. Da ist auch ein Jen, aber halt nicht der. Oh Gott. Orientierung. Puh, immerhin. Ich kann es einfach nicht so gut. Boah, das war wenigstens mal was, ey. Yo, wieder ihre Homies. I know. Warum? Welcher Pimmel. Geliehener Schiss, oder was? Tut mir leid, aber. Ihr kleinen Uhrenböcke. Das kann ich ja so nicht sagen, oder? Ein Kill! Juhu! Also dafür, dass es so mega viele Taschen am Johnnies waren. Boah, ich eigentlich... Oh, ich hatte ja Sackgasse. Fuck, da habe ich null drauf geachtet. Ich war einfach nur on fire. Mega on fire. Panik. Weil, wenn man halt so einen Killer noch nicht so häufig gespielt hat... Halt, das wollte ich eigentlich gucken. Dann, ähm... Ah ja, die kam mir auch mega schnell vor. Nee, eigentlich kam mir Mac mega schnell vor. Dann war das wohl nicht so richtig. Naja, war auf jeden Fall für mich ultra aufregend. Und für euch wahrscheinlich kaum zum Anschauen, weil... Komisch gespielt. Und das Mikrofon muss umgerannt werden. Na gut. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich übe auf jeden Fall mal ein bisschen mit der weiter. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.